Wer holt sich die Greenscreen Maus mit von Elgato? Das werden wir heute rausfinden und ich stelle euch das nächste Gewinnspiel vor. Aber ich sag schon mal vorneweg, dafür habt ihr nicht so viel Zeit. Von daher, seid schnell, meldet euch dafür an, was es ist, erkläre ich euch gleich. Jetzt gibt es erstmal das typische Los-Prozedere. Ich werde hier wieder durchmischen, ich gucke zur Seite. Nicht, dass einer denkt, ich habe mir wieder was markiert. Und dann schauen wir mal, wer der glückliche Gewinner ist. Ganz klar, der Gewinner muss mir per Discord, per Twitter, je nachdem, seine Adresse diesmal zuschicken. Weil das ist ja ein Ding, das muss verschickt werden. Das kann ich euch nicht irgendwie online überreichen, da brauche ich dann eure Adresse. Keine Sorge, nachdem ihr mir das übermittelt habt, wird das natürlich sofort wieder gelöscht. Also ihr braucht da keine Angst haben, dass hier irgendwer, ja, eure Daten oder so erfährt hier. Ich zeige es nochmal, hier ist das los. Da sind die anderen Los-Dinger drinne und jetzt ziehen wir den Gewinner. Ich halte das hier hoch. Der Gewinner, einer Greenscreen-Mouse-Mead, was immer ihr auch damit machen wollt, ist... Leo Zino. Leo Zino, alter Hauding, ist der Sieger dieser schicken Greenscreen-Mouse-Mead. Leo, schick mir mal deine Adresse per Discord, per Twitter etc. zu, damit ich dir das Ding möglichst noch vielleicht diese Woche zuschicke. Dann hast du es per... oder zu Weihnachten, zu Heiligabend und dann... Ja, Gratulation, GG für Leo in die Kommentare. Schade an jeden, ja, der das natürlich nicht gewonnen hat. So ist das immer bei Gewinnspielen. Aber, aber, aber Gewinnspiel. Jetzt kommt ein Gewinnspiel. Da müsst ihr euch wirklich beeilen, weil dafür habt ihr nur wenige Tage Zeit. Hier ist die Abgabe, beziehungsweise der Schluss dieser Teilnahme bis zum 22. Dezember. Und es geht dieses Mal um eine B-Jock, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, eine B-Jock PC-Gaming-Mouse. Hier seht ihr sie mal, hier kommt sie reingeflogen, hier ist sie eingeblendet. Und zwar von meinem Partner Servernews.de, die regelmäßig meine Videos retweeten, liken, mich super unterstützen. Die auch letztes Jahr die Haywood-Tastatur mit, ja, verlost haben. Und von daher, ja, danke und Grüße gehen raus an die Jungs. Die Teilnahmebedingungen diesmal müsst ihr euch wirklich durchlesen. Die stehen auch unten in der Videobeschreibung, ganz, ganz wichtig, bevor ihr mitmacht. Lest euch das durch und dann, ja, wünsche ich euch wie immer viel Glück. Zeit dazu, alle Infos habt ihr hier im Video gesehen oder stehen auch unten in der Beschreibung. Und dann nochmal Gratulation an den Leo für diese Greenscreen-Mouse-Matte von Elgato. Viel Spaß damit und dann schaue ich mal, oder schauen wir, wer sich die Maus schnappt. Also, seid schnell, ihr habt nicht lange Zeit bis zum 22.12.23.59 Uhr. Haut in die Tastatur, haut in die Tasten. Macht's gut und ciao, ciao.